Er ist aufmerksam, er ist zuverlässig und er ist klug. Aus Unternehmersicht kann ich mir keinen besseren Standort und keinen besseren Kommunalpolitiker vorstellen. Alex hört zu und nimmt auch das, was man ihm sagt, auf. Weil er einfach Interesse hat, dass die Soziale in unserem Landkreis vorangebracht wird. Weil er fest verwurzelt ist? Ja, er kann das. Ich glaube an den Landkreis Hof und deshalb kandidiere ich am 16. März als Landrat.